Ein sehr spektakuläres und tragisches Bild, ein Auto, das auf dem Dach liegt. Darin hat man festgestellt, dass zwei Personen sind, die sehr schwer verletzt sind. Das ist eine große Herausforderung, die sich auf dem Dach liegt. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Vielen Dank.